So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramsüster-Dicke, eine neue Folge Pokémon GO. Eigentlich dachte ich, ich kann heute nur ein Video hochladen, aber jetzt musste ich natürlich noch das Infovideo aufnehmen. Und das kremmelt wieder meinen ganzen Tagesablauf um. Ich mache das jetzt auch hier am Donnerstagabend für Freitag 10 Uhr. Kurz das Event rausgerissen. Ich finde es eh nicht so krass oder so spektakulär. Kann ich jetzt schon wieder sagen, ich habe schon wieder gar keine Ziele, wie die meisten, die momentan wahrscheinlich keine Ziele haben. Wenn es um Pokémon GO geht. Aber um 15 Uhr kommt dann das normale Video, wo ich viel mehr Spaß dran hatte. Dann so einfach Hannes da, Vlogging mäßig noch ein bisschen was gemacht. Und ja, ist dann wieder so viel, dass gar keiner Zeit hat, sich alles anzugucken. Und ihr wisst ja, wie das ist. Das Event Feenhafte Träume bringt Freude in die Welt von Pokémon GO. Es ist erstmal ein wunderschönes Bild. Das ist so schön. Ich habe es direkt als Hintergrund gemacht. Das mache ich aber immer bei jedem Event so, damit es dann hier als Hintergrund sowieso im Infovideo dabei ist. Lasst euch von Mosquito nicht täuschen. Das ist unser Januar-Maskottchen für den Kanal. Was haben wir jetzt hier zu sehen? Hier sehen wir Wommel auf jeden Fall. Und das ist besonders. Denn Wommel wird als Shiny eingeführt. Steht gleich hier dabei. Passt auf. Feenhafte Träume von Samstag, den 13. Januar. Von gestern habe ich ein Event angekündigt für diesen Samstag. Jetzt einen Tag später kündigst du ein Event an für die Woche danach am Samstag. Das merkt sich doch eh keiner. Also ja, man kann das eigentlich alles nachgucken und überhaupt. Aber hauen wir es jetzt einfach raus. Samstag, 13. Januar, 10 Uhr bis Dienstag, 16. Januar, 20 Uhr. Also ein relativ kurzes Event mit doppelten Fangsternstaub und doppelten Schlüpfsternstaub. Doppelter Fangstaub ist ja cool. Gibt es in Rampenlichtstunden oft halt dann nur eine Stunde. Jetzt aber eben mehrere Tage. 24, 7 sozusagen. Wilde Pokémon. Die folgenden wilden Pokémon erscheinen häufiger. Außerdem könnt ihr mit etwas Glück zum ersten Mal schillernden Wommel begegnen. Je nachdem, wo auf der Welt ihr euch befindet, trifft ihr Flabäbä mit unterschiedlich gefärbten Blüten. Rotblüter in Europa, Naha, Osten und Afrika. Blaublüter, Region Asien, Pazifik. Gelbblütler im amerikanischen Kontinent. Mit etwas Glück könnt ihr unabhängig von eurem Wohnort sogar einem Flabäbä mit weißer und orangefarbener Blüte begegnen. Die gibt es also immer überall. Und die anderen drei halt regional. Was haben wir jetzt aber für wilde Pokémon? Wir haben Pipi, Pummeluf, Merrill, Snubbull, Wombol, Flabäbä, Parfi, Flauschling, Denner, Wommel, Bubungus. Ja, Pipi, GBL relevant für die meisten. Pummeluf war ja jetzt erst die ganze Zeit im Event da mit einem Kostüm, der dann noch keinen Shiny hat. Schlagt halt zu. Merrill, auch GBL relevant, dann Snubbull. Granbull? Krypto-Granbull? Da könnte man, da könnte man Bonbons sammeln. Für einen Krypto-Granbull das mal hochziehen, ist bestimmt auch cool. Baumball? Habe ich mal in so einem Minicup gespielt auf dem Main-Account damals. Flabäbäbä hatte ich mal entwickelt, das war relativ stark und hoch von dem WP. Ich habe es aber, glaube ich, nie eingesetzt auf dem Main damals. Dann haben wir noch Parfi, Flauschling, Dedenne. Ist vielleicht jetzt nicht so interessant, Bubungus gibt viel Staub, wie ich gehört habe. Deswegen haben sich ja alle gefreut, weil das irgendwie auch im letzten Event auch schon wieder Bubungus, oder? Bubungus jetzt, zwei Events durch und dann hier noch doppelter Staub. Das kann was werden und Wommel neu als Shiny. Mit etwas Glück begegnet ihr auch Toggetik oder halt den anderen zwei Flabäbäbä. Toggetik, Toggetkiss. Für mich damals Meisterliga, GBL, das war der Bringer. Ich habe alles da mitgemacht. Ich habe ein Level-40er Toggetkiss, das habe ich mir so mal rübergetauscht. Das ist richtig schlecht. Aber jetzt vielleicht Toggetik. Jedes Toggetik, was man sieht, mitnehmen, anklicken, Shiny, komplett egal. Aber ein paar XL sammeln, vielleicht kann man sich doch irgendwann mal wieder ein Meisterliga-Team basteln und wenn irgendwas GBL-Relevantes ist, da trotzdem mitmischen. Also für mich ist eigentlich Toggetik hier am interessantesten von den Spawns. Aber der ist halt nur relativ selten. Ihr könnt mal reinschreiben, auf was ihr Bock habt. Eier. Habt ihr Bock auf Eier? Toggetik, Pafi, Flauschling, Wommel. Interessiert mich nicht. Also dem kommen die eh aus 7 Kilometer Eiern. Das ist jetzt wieder... Ja, müsste man jetzt, um Wommel zu brüten, weil Wommel hat in Eiern und Feldforschung... Nee, Feld nicht. Nur in Eiern. Wommel hat in Eiern eine höhere Shiny-Chance als Wild oder in Feldforschungen. Die zumindest hier. Würde ich aber jetzt trotzdem nicht unbedingt auf Wommel brüten gehen. Mit dem Main, mit dem Kleinen, dann rüber tauschen. Aber das hat sich ja auch erledigt. Deswegen, hier könnt ihr nochmal Togepi mitnehmen. Wer das Baby noch mag, ist ja auch sehr beliebt. Pokémon bei Feldforschung ist auch natürlich Wommel dabei. Alola, Wulpix, Pafi, Flauschling, Wommel, Flunkie, Varokara. Mit etwas Glück. Was heißt mit etwas Glück? Ist die Forschung so selten, dass unter 100 Stops die nur einmal da ist und die andere ist an jedem Stopp. Ist das so? Ich dachte, das ist alles gleichwertig. Dass man bei Feldforschungen da Abstufungen machen kann, das ist krass. Dann gibt es auch noch Mega-Energie, wenn ihr Glück habt aus Feldforschungen für Mega-Altarier, Mega-Gadde war, weil das ja auch Feen sind. Es wird wieder Sammler-Herausforderungen geben. Da könnt ihr eure Medaille pushen für die Sammler-Herausforderungen. Da gibt es am Ende ein Rokara, EP und Staub. Das ist meistens nicht so brutal. In ein paar Tagen wird man das sicherlich hinkriegen, die paar geforderten Sachen zu fangen. Es ist ja mittlerweile sehr übersichtlich, dass ihr genau an einem Pokestop seht. Da ist ein Vieh, da ist ein Ding dran. Dass ihr wisst, das Ding bedeutet, das muss ich noch fangen für die Sammler-Herausforderungen. Dass ihr das nicht vergesst. Und Rokara, habe ich Rokara schon jetzt auf dem Habanero? Ich weiß es nicht. Da, wenn nicht, ist das hier auch wieder neu. Bogodex-Eintrag. Dann haben wir eine hässliche Brille. Oh, nee, ist eine Maske. Eine Wommelmaske. Neues Avatar-Accessoire. Wer sich das kauft, der ist selber schuld. Kostet bestimmt. Interessiert mich nicht. Kostenpflichtige, befristete Forschung. Kann ich mir nicht kaufen. Könnt ihr schenken. Müsst ihr nicht schenken. Wenn, fühle ich mich verpflichtet, wieder ein dummes Video drüber zu machen. Aber in letzter Zeit nur Stress. 2 Dollar. Obwohl, da gibt es wieder 2 Premium-Kampf-Pässe. Obwohl ich die letzten auch nicht verpflichtet habe. Ich glaube, ich habe mittlerweile 20 Premium-Kampf-Pässe auf der Hand. Ich weiß einfach nicht, was ich damit machen soll. In Fünferreigen ballern. Ich mache meistens nur einen Fünfer für den Pokedex-Eintrag. In andere Raids reinballern. Ich habe schon zu tun, meinen täglichen Raid-Pass wegzukriegen. Weil ich immer nicht weiß, was ich raiden soll. Da ich nichts doppelt raiden möchte, um die Medaille zu pushen. Und wenn ich jetzt einfach an einem Tag alles raide, was da ist, verschiedenes. Dann hast du nächstes Jahr keine Auswahl mehr. Deswegen. Alles merkwürdig. Für 2 US-Dollar könnt ihr auf jeden Fall eine befristete Forschung bekommen. Da erfüllt ihr Aufgaben, begegnet ein paar Event-Pokémon, kriegt 2 Premium-Kampf-Pässe, kriegt EP-Sternenstaub und 2 Sternenstücke. Also für 2 Dollar 2 Pässe, das ist normal. Und der Rest gibt es obendrauf. Und das war es schon. Hier steht wieder nichts von Showcases. Was ich schade finde, ich glaube, beim letzten Event stand auch nichts von Showcases. Jetzt steht hier nichts von Showcases. Nur das letzte Event kratscht in den Sea-Day mit rein. Da dachte ich vielleicht, weil es zum Sea-Day-Showcase gibt, dass es deswegen nicht gibt. Aber hier steht auch wieder nichts. Vielleicht haben sie es auch einfach nur vergessen in dem Artikel. Keine Ahnung. Freut ihr euch auf Wommel? Shiny. Ich weiß nicht, wie das aussieht. Ich finde Wommel ist ja lustig und süß, aber... Ich habe keinen Platz. Ich möchte auch nicht mehr sammeln. Das heißt, ich gehe es entspannt an. Was kommt, das kommt. Was nicht kommt, kommt nicht. Und wenn was shiny ist, dann wird es verschickt. 100er braucht man eigentlich auch nicht. 100er Togetic wäre cool, aber... Sind ja eh selten, glaube ich nicht dran. Das heißt, das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, vorhaut, euer Ramses. Freut ihr euch auf das feenhafte Träume-Event? Ich muss sagen, sie hauen viele Events raus. Aber irgendwie sind die inhaltlich alle so unscheinbar. Dann macht doch mal nur ein Event im Monat. Und das ist dann richtig cool. Aber das ist dann das Sea Day sozusagen. Aber naja, das ist auch nicht mehr. Ach, ich habe doch keine Ahnung. Das ist alles, alles sehr merkwürdig. Peace out, vorhauen. Euer Ramses.